Okay, es hat aber gerade ein bisschen Spannung von mir runter genommen, weil ich mich jetzt darauf konzentrieren musste, dass... Du Bastard! Du blödes Arschlo! Oh Gott! Die Adek! Die Adek! Ich muss meine Unterhose wechseln. Bei den Kontrollen steht Rechtsklick halten. Oh, ich bin... Ich bin ein Idiot. Ich bin wirklich der größte Idiot, den es auf diesem Planeten gibt. Ich hab's halt auch nicht... Ich hab's die ganze Zeit auch nicht anders gemacht, ne? Ich hab die ganze Zeit Rechtsklick gedrückt gehalten, um die scheiß Kamera rauszuholen. Und jetzt, weil ich das Ding in der Hand hatte, war wie weg. Es war wie weg, als wenn ich nie die Kamera benutzt hätte vorher. Ich denke, irgendwas ist am Spiel kaputt. Nein, ich bin nur zu dumm, die Kamera aus der Tasche in meine Hand zu nehmen. Ja, was war das? Alles wird gut, Leute. Ganz ruhig. Das kann nicht echt sein. So... 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 I gotta get the hell out of... Ich hab grad aufs kleine rote Licht geguckt und dann seh ich nur, wie im Augenwinkel was auf mich zukommt. Och, Mann. Äh... Ah, die Grüne. Na... Oh, Mann. Richtig uncool, Mann. Richtig uncool. Aber ich danke dir auf jeden Fall. Die hab ich gebraucht. Ah! Du Arschloch! Mein Gott! Mann! Ich geh jetzt trotzdem nochmal hier lang. Okay, ist weg. Bro... Ich wusste, ich hab ein ganz schlechtes Gefühl bei der, ne? Warte, ich hab auch schon vorher. Das find ich jetzt nicht cool, ne? Wuh! Ähm... Hi! Schau mal ein bisschen. Beweisaufnahme. Der Buchstand ist vorher definitiv nicht da. Was sag ich der Polizei? Kannste sicher sein, doch. Och, nee, du blödes F***spiel. Nee, nicht schon wieder! Ich hab das doch letztens, als wir den Spiegeln durch. Tschüss. Flashback. Ich hätte gedacht, der kommt schon, Jumpscare. Aber... Wo bleibt der? Oh, um Gottes Willen! Ich kann mich hier nicht umdrehen. Ah! Du blöde F***. Ah! Alter! End of Flashback. Ah! Jetzt muss sogar noch alles selbst öffnen. Ist irgendwas, was ich umschmeißen könnte im Zweifelsfall? Also, nicht um... Also, was ich hoffentlich nicht umschmeißen würde im Zweifelsfall. Ey, ich hab die alle mühsam aufgemacht gerade! Wir müssen ja erstmal ganz geschmeidig an die Sache rangehen. Also, erstes... Mal gucken, checken wir mal kurz den Ort hier. Okay. Gut. Checkt. Ist nix. Dann, was haben wir hier... Ich schwöre dir... Hatte ich nicht gerade ein Foto von der Ecke gemacht? Hab ich sie nicht gesehen. Äh! Ich hab keinen Schatten. Ich hab's auch gesehen, ne? Langsam reicht's mir hier. Ich weiß nicht, ob das irgendetwas bringt, wisst du was ich meine? Ich hab' sie gefunden. Ich hab' sie gefunden. Äh! 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 Kommst du jetzt wieder her? Hey, irgendwas ist da noch in der Ecke! Äh! Also, die Statue will mich richtig schäumen, ne? Alles gut. Also, du beeindruckst mich nicht mehr, ne? Damit das klar ist. Oh, was? Ich dachte gerade, er könnte nur... Ach, pretty ice, jetzt lies es. Ey, ich mag das... Junge! Boah, du blöde Stück Scheiße! Junge... Ach, ich kann mir auch nicht... Ich kann mir auch nicht klar... Ey, es gab ja auch nicht mal ein Warnsignal oder sowas wie bei den anderen Dingern, ne? Okay. Ah, da ist sie ja wieder! Ich hab sie schon ganz vermisst. Hey, na? Ja, chill dich, Mann. Du sag mal, ähm... Jetzt mal nur unter uns so. Geht's dir gut? Du kannst mit mir wirklich über alles reden, weißt du? Du brauchst keine Angst vor mir haben. Wenn irgendwas ist, du musst nicht wegrennen. Ich bin hier. Wir können reden, ja? Aber ich find das nicht cool von dir, wenn du einfach... Wenn ich mich hier auch umdrehe... Genau das meine ich! Genau das! Du Sau! Da war noch ne Uhr, ja. Du sag mal, ähm... Setz davon, wenn du mal eben einfach, ähm... Gehst. Weil ich muss an die Uhr, die genau unter dir dran ist. Oh ja. Ähm... Runter vom Tisch! Runter! Sag mal, hast du keine Manieren mehr oder was? Du sollst nicht auf dem Tisch stehen. Danke. So. Du... Da ist doch ein Auge! Guck mal, der hier. Zeigt aber nur auf die vier. Okay. Ah... Jetzt checken wir mal die ganzen Ohren einfach. Oh, Mann! Alter! Ich schwöre, diese Statue macht mich einfach fertig. Wirklich. Mann, was ist denn dein Problem? Sag... Ich hab doch mit dir erst vorhin darüber gesprochen. Dass wenn du ein Problem hast, können wir gerne unter vier Augen darüber reden, ne? Aber... Das ist nicht cool, wenn du das weiter machst, ne? Vor allem, wenn ich so mache und so, dann ist sie weg. Ja, ja. Komm, bleib da rein. Komm, bleib da rein. Stehen, mach doch, du willst, ey. Gehen weg hier. Geh woanders hin. Gehen. Ja... Rote Sammelgegend... Boah! Hier we go! Money talk! Here comes the money! Money, 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 money! Hehehehe! Dollar, dollar! Dollar, dollar! Dollar, dollar! Elemental spendet einen Euro pro Monat! Was? Einen Euro pro Monat? Habe ich das richtig gehört? Also Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch helfen. So ist es nicht. Ich meine, die wollen ja alle irgendwie weiterkommen. Das ist jetzt nicht nur, dass ich das Spiel für mich alleine spiele. Ihr guckt ja zu. Seid also auch mit ein Teil davon. Also ihr könnt mir auch Tipps geben, wenn ihr zumindest welche habt. Oder mitdenken, wenn ihr möchtet. Du schaffst das. Bin schon am Lesen. So, der eine, okay, ja, ich gucke schon nach. Ich versuche zu helfen und der andere so, nee, kein Bock. Ja, und hier weiß ich auch überhaupt nicht, was ich da einsetzen kann. Komm, hau ab. Hau ab. Das soll gehen, Mann. Dankeschön. Gutie, mein Gutie, dann testen wir das Ganze mal. Alter. Dein Scheißernst, jetzt wirklich? Oh, Mann, das hat mich jetzt übel gekriegt. Das war jetzt so ruhig die Letzte Zeit gewesen. Um Gottes Willen. Oh, fuck. Da bin ich gerade ehrlich, ich habe ein bisschen gestorben. Oh, mein Gott. Ich weine gleich. Lula. Junge. Du Bastard. Alter. Flüstert er mich an. Ey. Ich habe den ganzen Kopf, den Gänsehaut am ganzen Körper gekriegt gerade. Alter, flüstert er mich da an und dann steht er da. Es sind aber viele hier. Äh, weniger. Mehr, weniger, mehr, weniger, viele. Bitte nicht. Ich kenne Sound. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich habe meinen unglaubed was Facebook-Kartner. Aber curb